Die von Gott bewirkte endzeitliche Drängnis Jakobs Einige Bibelausleger behaupten, für Jerusalem gebe es seit 1948 n. Chr. überhaupt keine Gerichtserwartung mehr. Mehrere Propheten Gottes kündigten jedoch eine noch nie dagewesene Läuterung dieser Stadt und des Volkes Israel an. Jes. 4,4 Wenn der HERR den Kot der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus dessen Mitte hinweg gespült hat durch den Geist des Gerichts und durch den Geist des Ausrottens, dann wird der HERR über die ganze Städte des Berges zieren und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Sah. 13,8 Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der HERR, zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden, und nur der dritte Teil davon bleibt übrig. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten, ich werde sagen, er ist mein Volk, und er wird sagen, der HERR ist mein Gott. Dan. 12,1 Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne seines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Die Härte des kommenden Gerichts übersteigt jede jemals vollzogene Strafe Gottes an Jerusalem. Wie der Kontext dieser Bibelstellen zeigt, schmilzt er die Stadt unmittelbar vor Beginn des Milleniums feurig aus. Es kann sich hierbei also nur um ein Endzeitgericht handeln, sodass die Behauptung, Gott werde Jerusalem nach 1948 nach Christus nicht mehr richten, unbiblisch ist. Siehe hierzu den Punkt 27, die Läuterung und teilweise Verwandlung Jerusalems im Abschnitt und die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche im Kap. 17j die Zeit vor und nach dem Millennium des vorliegenden Artikels. Dem den jüdischen Antichristus in Empfang nehmenden Babylon Jerusalem bleibt das Feuergericht Gottes nicht erspart. Es sollte beachtet werden, dass Gott die Drängnis Jakobs bewirkt. Hierzu nutzt er verschiedene Werkzeuge aus dem feindlichen Lager, wie Offb. 17,17 zeigt. Satan und seine Knechte tun letztlich den Willen des Herrn. In ihrem bösen Tun dienen sie seinen idealen Zielen, ob sie wollen oder nicht. Offb. 17,17 Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Ändlich. curve. Und des Herrn Br technician den Bösen. Sagen. Überrasch.